Hinter der Tür bellte aufgeregt ein Hund. Wir, der Ingenieur Ananjev, sein Gehilfe, der Student von Stenberg und ich verließen die Baracke, um nachzusehen, wen er verbellte. Ich war in der Baracke zu Gast und hätte nicht mit hinaus zu gehen brauchen, aber offen gesagt, mir war von dem genossenen Wein ein wenig schwindelig und ich war froh, an die frische Luft zu kommen. »Niemand da«, sagte Ananjev, als wir draußen waren. »Warum führst du uns an, Asorka, Dummkopf?« Ringsum war keine Menschenseele. Der Dummkopf Asorka, ein schwarzer Hofhund, der sich wohl wegen seines grundlosen Bellens bei uns entschuldigen wollte, kam zaghaft näher und wedelte mit dem Schwanz. Der Ingenieur bückte sich und streichelte ihn zwischen den Ohren. »Was bellst du denn unnütz, du Luder?« fragte er in einem Ton, in dem gutmütige Menschen mit Kindern und Hunden reden. »Hast wohl schlecht geträumt, was?« »Ich empfehle Ihnen Ihre Aufmerksamkeit, Doktor«, sagte er zu mir gewandt. »Er ist ein erstaunlich feinnerviges Geschöpf. Können Sie sich vorstellen, er verträgt das Alleinsein nicht. Er hat dauernd schreckliche Träume und leidet an Alpdrücken. Und wenn man ihn anschreit, wird er richtig hysterisch.« »Ja, ein zartbeseiteter Hund«, bestätigte der Student. Asorka merkte anscheinend, dass wir von ihm sprachen. Er hob die Schnauze und winselte kläglich, als wollte er sagen, »Ja, zuweilen habe ich unerträglich zu leiden. Sie müssen das bitte entschuldigen.« Es war eine sternklare, aber dunkle Augustnacht. Da ich mich vorher noch nie im Leben in einer so außergewöhnlichen Situation befunden hatte wie zufällig jetzt, kam mir diese Sternennacht dunkler und unfreundlicher vor, als sie tatsächlich war. Ich befand mich an einer Eisenbahnlinie, die gerade gebaut wurde. Der hohe, halbfertige Damm, die Haufen von Sand, Lehm und Schotter, die Baracken, Gruben und herumstehenden Schubkarren, die flachen Erhebungen über den Erdhütten, in denen die Arbeiter wohnten, »Das alles bildete einen Wirrwarr, der in einfarbige Finsternis getaucht, der Erde ein seltsames, wildes Aussehen verlieh, das an die Zeiten des Chaos gemahnte.« In allem, was ich vor Augen hatte, herrschte derart wenig Ordnung, dass es irgendwie seltsam war, inmitten der scheußlich zerwühlten, mit nichts mehr zu vergleichenden Erde Silhouetten von Menschen und schlanke Telegrafenmasten zu erblicken. Beides verdarb die Geschlossenheit des Bildes und schien nicht zu dieser Welt zu gehören. Es war still und man hörte lediglich, wie hoch über unseren Köpfen die Telegrafendrähte ihre eintönige Melodie summten. Wir kletterten auf den Damm und schauten von oben über das Land. Etwa hundert Meter von uns entfernt, dort, wo Schlaglöcher, Gruben und Haufen mit dem nächtlichen Dunkel verschmolzen, blinkte ein mattes Licht. Dahinter leuchtete ein zweites und ein drittes, dann, etwa hundert Schritte entfernt, glänzten zwei rote Augen, wahrscheinlich die Fenster einer Baracke. Und eine lange Reihe solcher Lichter zog sich, immer dichter und matter werdend, die Strecke entlang bis hin zum Horizont, wo sie in einem Halbkreis nach links abbogen und in dem fernen Dunkel verschwanden. Die Lichter bewegten sich nicht. In ihnen, in der nächtlichen Stille und in dem trostlosen Lied der Telegrafendrähte spürte man etwas Gemeinsames. Es schien, als sei ein wichtiges Geheimnis unter dem Damm vergraben, von dem nur die Lichter, die Nacht und die Drähte etwas wussten. Was für eine Pracht, meine Herren, meinte Ananiyev seufzend. So viel Weite, so viel Schönheit, mehr als genug. Und erst der Damm hier. Das ist kein Damm, mein Lieber, sondern ein Mont Blanc. Er kostet Millionen. Von den Lichtern und dem millionenkostenden Damm entzückt, klopfte der vom Wein berauschte und sentimental gestimmte Ingenieur dem Studenten von Stenberg auf die Schulter und fuhr scherzend fort. Warum sind sie so nachdenklich geworden, Michail Michalic? Ist es denn nicht angenehm, das Werk seiner Hände zu betrachten? Im vorigen Jahr war hier noch kahle Steppe. Es gab keine Menschenseele. Und sehen Sie jetzt. Leben und Zivilisation. Und wie schön das alles ist, weiß Gott. Wir bauen zusammen die Eisenbahnlinie. Und nach uns, so in 100 oder 200 Jahren, werden gute Menschen hier Fabriken, Schulen und Krankenhäuser errichten. Und Maschinen werden rattern. Was? Der Student stand regungslos die Hände in den Taschen und konnte die Augen nicht von den Lichtern losreißen. Er vernahm die Worte des Ingenieurs nicht und durchlebte offenbar eine Stimmung, in der man nicht sprechen und nichts hören möchte. Nach langem Schweigen drehte er sich zu mir um und sagte leise, Wissen Sie, an was diese endlosen Lichter erinnern? Sie rufen in mir die Vorstellung an etwas längst Gestorbenes wach. An etwas, das es vor Jahrtausenden gegeben hat. Wie etwa ein Lager der Amalekiter oder Philister. Es ist, als ob irgendein alttestamentliches Volk ein Lager aufgeschlagen hat und den Morgen erwartet, um gegen Saul oder David zu kämpfen. Um die Illusionen vollständig zu machen, bedarf es nur noch Posaunenklänge und Posten, die sich in irgendeiner äthiopischen Sprache gegenseitig anrufen. Möglich, meinte der Ingenieur zustimmend. Wie absichtlich fegte ein Windstoß vorbei und brachte einen Ton mit, der sich wie Waffengeklirr anhörte. Darauf trat Schweigen ein. Ich weiß nicht, woran der Ingenieur und der Student jetzt dachten. Es kam mir aber so vor, als sähe auch ich tatsächlich etwas längst Vergangenes vor mir und als hörte ich sogar Posten in einer unverständlichen Sprache reden. Meine Einbildungskraft beeilte sich, mir zählte seltsame Menschen, deren Kleidung und ihre Rüstung auszumalen. »Ja«, murmelte der Student nachdenklich, »einstmals lebten auf dieser Welt Philister und Amalekiter. Sie führten Kriege und spielten ihre Rolle, aber heute sind sie spurlos verschwunden. So wird es auch uns ergehen. Heute bauen wir eine Eisenbahnlinie, stehen hier und philosophieren, »Aber in 2000 Jahren wird von diesem Damm und von all diesen Menschen, die nach der schweren Arbeit jetzt schlafen, kein Staubkorn mehr übrig sein. Eigentlich ist das doch furchtbar.« »Sie sollten diese Gedanken bleiben lassen«, sagte der Ingenieur ernst und belehrend. »Warum?« »Nun, darum. Mit solchen Gedanken sollte man das Leben beenden, aber nicht beginnen. Sie sind dafür noch zu jung.« »Warum denn?«, wiederholte der Student. »Alle diese Gedanken über Vergänglichkeit und Nichtigkeit, über die Sinnlosigkeit des Lebens, über die Unvermeidbarkeit des Todes, über das Dunkel des Grabes und so fort, »Alle diese hohen Gedanken, mein Guter, sage ich, sind richtig und natürlich im Alter, wenn sie das Produkt langer innerer Auseinandersetzungen sind, durchlitten wurden und tatsächlich einen geistigen Reichtum bedeuten. Für ein junges Hirn jedoch, das eben erst selbstständig zu leben begonnen hat, sind sie einfach ein Unglück. Ein Unglück«, wiederholte Ananjev und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Meiner Meinung nach ist es in ihrem Alter besser, überhaupt keinen Kopf auf den Schultern zu haben, als die Gedanken in solche Richtung zu lenken. Ich meine es ernst, Baron. Schon längst hatte ich mir vorgenommen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Denn ich habe schon vom ersten Tag unserer Bekanntschaft an bei Ihnen eine Neigung zu diesen verwünschten Gedanken bemerkt. »Mein Gott, weshalb sind Sie denn verwünscht?«, fragte der Student lächelnd und an seiner Stimme und seinem Gesicht war zu merken, dass er lediglich aus Höflichkeit antwortete und dass ihn der von dem Ingenieur angezettelte Streit überhaupt nicht interessierte. Die Augen fielen mir zu. Ich träumte, dass wir uns gleich nach dem Spaziergang gegenseitig eine gute Nacht wünschen und uns schlafen legen würden, aber mein Traum sollte sich nicht so bald erfüllen. Als wir in die Baracke zurückgekehrt waren, räumte der Ingenieur die leeren Flaschen vom Tisch und stellte sie unter das Bett. Dann holte er aus einem großen Flechtkorb zwei neue, entkorkte sie und setzte sich an seinen Arbeitstisch in der offenkundigen Absicht, mit dem Trinken, Reden und Arbeiten fortzufahren. Während er ein wenig an seinem Glas nippte, machte er mit dem Bleistift Vermerke auf einigen Zeichnungen und fuhr fort, dem Studenten zu beweisen, dass seine Gedanken unpassend seien. Der Student saß neben ihm und prüfte schweigend irgendwelche Rechnungen. Er hatte ebenso wie ich keine Lust zu sprechen oder zuzuhören. Um die anderen nicht bei der Arbeit zu stören und in der Erwartung, man werde mir jeden Augenblick vorschlagen, mich zu Bett zu legen, saß ich unweit des Tisches auf dem krummbeinigen Feldbett des Ingenieurs und blies Trübsal. Es ging bereits auf ein Uhr. Aus Langeweile beobachtete ich meine neuen Bekannten. Weder Ananjev noch den Studenten hatte ich jemals zuvor gesehen. Ich hatte sie erst in der fraglichen Nacht kennengelernt. Am späten Abend kehrte ich zu Pferde vom Jahrmarkt zurück, zu dem Gutsbesitzer, bei dem ich zu Gast war, verfehlte aber in der Dunkelheit den Weg und verirrte mich. Als ich neben der Straße entlanggeritt und merkte, wie es immer dunkler wurde, fiel mir das Dampfrost ein, das Fußgängern und Reitern auflauerte. Da bekam ich es mit der Angst und klopfte an die erste beste Baracke. Dort wurde ich von Ananjev und dem Studenten freundlich aufgenommen. Wie das bei Menschen zu sein pflegt, die einander fremd vom Zufall zusammengeführt werden, lernten wir uns schnell kennen, schlossen Freundschaft und fühlten uns beim Tee und dann beim Wein bereits so, als wären wir schon jahrelang miteinander bekannt. Nach kaum einer Stunde wusste ich bereits, wer sie waren und wie das Schicksal sie aus der Hauptstadt in die ferne Steppe verschlagen hatte und sie wussten, wer ich war, was ich tat und wie ich eingestellt war. Der Ingenieur Nikolai Anastasjevich Ananjev war ein stämmiger Mann. Er hatte breite Schultern und begann, nach seinem Äußeren zu urteilen, wie Othello bereits in das Tal der vorgerückten Jahre hinabzusteigen und übermäßig dick zu werden. Er befand sich genau in dem Alter, in dem man von den Brautwerberinnen als Mann in den besten Jahren bezeichnet wird. Das heißt, er war weder jung noch alt liebte es gut zu essen, zu trinken und die Vergangenheit zu preisen, kam beim Gehen leicht außer Atem, schnarchte beim Schlafen und legte im täglichen Umgang bereits jene ruhige, gelassene Gutmütigkeit an den Tag, wie sie ordentliche Menschen annehmen, wenn sie in die Rangklasse der Stabsoffiziere aufrücken und korpulent werden. Sein Kopf und Barthaar war noch längst nicht grau, aber er nannte bereits ungewollt und ohne es zu merken, die jungen Leute herablassend mein Guter und fühlte sich schon irgendwie berechtigt, sie wegen ihrer Denkweise zur Rede zu stellen. Seine Bewegungen und seine Stimme waren ruhig, fließend und selbstbewusst, wie es bei einem Menschen der Fall ist, der wohl weiß, dass er den richtigen Weg eingeschlagen, dass er seine feste Tätigkeit, sein festes Brot und seine festen Ansichten hat. Sein braun gebranntes Gesicht mit der fleischigen Nase und sein muskulöser Nacken schienen zu sagen, ich bin satt, gesund und mit mir zufrieden und es wird die Zeit kommen, da werdet ihr Jungen auch satt, gesund und mit euch zufrieden sein. Er trug ein Cartoonhemd mit seitlichem Schlitz und weite Leinenhosen, die in großen Stiefeln steckten. An einigen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dem bunten, wollenen Gürtel, dem gestickten Kragen und den Flicken auf dem Ellbogen, konnte ich erraten, dass er verheiratet war und aller Wahrscheinlichkeit nach von seiner Frau zärtlich geliebt wurde. Baron Michael Michaelowitsch von Stenberg war jung, drei oder 24 Jahre alt und Student am Institut für Verkehrswesen. Einzig das rote Haar und das dünne Bärtchen, allenfalls auch noch eine gewisse Grobheit und Trockenheit der Gesichtszüge, erinnerten an seine Abstammung vom baltischen Adel. Alles Übrige aber, Vorname, Glaube, Denken, Manieren und Gesichtsausdruck war rein russisch. Bekleidet war er genauso wie Ananjev mit einem blusenartigen Cartoonhemd und mit großen Stiefeln. Mit seiner leicht gebeugten Gestalt, den lange nicht mehr geschnittenen Haaren und dem gebräunten Gesicht sah er weder einem Studenten noch einem Baron, sondern eher einem gewöhnlichen russischen Handwerksgesellen ähnlich. Er sprach wenig und bewegte sich nicht viel, trank den Wein ungern und ohne Appetit, prüfte mechanisch die Berechnungen und schienen die ganze Zeit über an etwas zu denken. Seine Bewegungen und seine Stimme waren ebenfalls ruhig und fließend, aber seine Ruhe war anders als die des Ingenieurs. Das sonnenverbrannte, leicht spöttische, nachdenkliche Gesicht, die etwas misstrauisch blickenden Augen und die ganze Gestalt zeugten von einer seelischen Flaute, einer geistigen Trägheit. Er machte eine Miene, als sei es ihm völlig einerlei, ob vor ihm ein Licht brenne oder nicht, ob der Wein gut oder widerwärtig schmecke, ob die Berechnungen, die er prüfte, stimmten oder nicht. Und seinem klugen, ruhigen Gesicht konnte ich entnehmen, Einstweilen sehe ich weder in einer festen Tätigkeit noch in einem festen Einkommen oder einer festen Ansicht etwas Gutes. Das alles ist Unsinn. Ich war in Petersburg, jetzt sitze ich hier in der Baracke, von hier aus werde ich im Herbst wieder nach Petersburg gehen und im Frühjahr gehe ich dann wieder hierher. Was für einen Sinn das alles hat, das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Infolgedessen gibt es da auch gar nichts zu erläutern. Dem Ingenieur hörte er ohne Interesse und mit jener herablassenden Gleichgültigkeit zu, mit der Kadetten der oberen Klassen einem gutmütigen Aufseher zuhören, der in Fahrt gekommen ist. Es schien, als sei alles, was der Ingenieur sagte, für ihn nichts Neues und dass er, wäre er nicht zu träge zum Reden gewesen, etwas Neueres und Gescheiteres sagen würde. Ananyev hatte sich inzwischen noch nicht beruhigt. Er hatte den gutmütig spöttischen Ton aufgegeben und sprach ernst, ja sogar mit Leidenschaft, was gar nicht zu seinem ruhigen Gesichtsausdruck passte. Offensichtlich war er abstrakten Problemen gegenüber nicht gleichgültig. Er liebte sie, verstand sie aber nicht und war nicht gewohnt, sie zu behandeln. Die mangelnde Gewohnheit schlug sich so stark in seiner Ausdrucksweise nieder, dass ich nicht gleich verstand, was er wollte. Ich hasse diese Gedanken von ganzem Herzen, sagte er. In meiner Jugend krankte ich selber daran. Noch heute bin ich nicht ganz frei davon und ich sage Ihnen, sie haben mir nichts als Unheil gebracht. Vielleicht deshalb, weil ich dumm bin und diese Gedanken für mich böhmische Dörfer waren. Das ist so verständlich. Die Gedanken über die Sinnlosigkeit des Lebens, über die Nichtigkeit und Vergänglichkeit der sichtbaren Welt, das salomonische Eitelkeit der Eitelkeiten, bildeten immer und bilden noch heute die höchste und letzte Stufe des menschlichen Denkens. Damit ist die Tätigkeit eines normalen Hirns vollendet. Das ist natürlich und liegt in der Ordnung der Dinge. Unser Unglück besteht jedoch darin, dass wir gerade an diesem Punkt zu denken anfangen. Wo normale Menschen aufhören, da fangen wir an. Sofort, kaum dass unser Gehirn selbstständig arbeitet, schwingen wir uns auf die allerhöchste, die letzte Stufe und wollen nicht die unteren Stufen kennenlernen. Wieso ist das vom Übel? fragte der Student. So begreifen Sie doch, das ist anormal, rief Ananiyev und sah ihn beinahe wütend an. Wenn wir diese Fähigkeit erlangt haben, ohne Zuhilfenahme der unteren Stufen die höchste zu erklimmen, dann hat die ganze lange Stufenleiter, das heißt, das ganze Leben mit seinen Farben, Tönen und Gedanken für uns jeglichen Sinn verloren. Dass in Ihrem Alter bei einer solchen Denkweise Übles und Absurdes herauskommt, das können Sie aus jedem Schritt Ihres vernünftigen, selbstständigen Lebens erkennen. Nehmen wir an, Sie setzen sich in diesem Augenblick hin und lesen Darwin oder Shakespeare. Kaum haben Sie eine Seite gelesen, da beginnt das Gift schon zu wirken. Und Ihr ganzes langes Leben, so wie Shakespeare und Darwin, sind für Sie Unsinn, ungereimtes Zeug, weil Sie wissen, dass Sie sterben werden, dass Shakespeare und Darwin gestorben sind, dass Ihre Gedanken weder Sie selbst noch die Erde noch Sie gerettet haben und dass, wenn so das Leben seinen Sinn verloren hat, alle diese Wissenschaften, die Poesie und die hohen Gedanken nur eine nutzlose Spielerei, das müßige Spielzeug erwachsener Kinder sind. Und schon auf der zweiten Seite hören Sie auf zu lesen. Jetzt, nehmen wir mal an, kommen die Leute zu Ihnen als einem klugen Menschen und fragen Sie nach Ihrer Meinung, beispielsweise über den Krieg. Ist der wünschenswert und moralisch oder nicht? Als Antwort auf diese schreckliche Frage zucken Sie nur die Achseln und beschränken sich auf irgendwelche Gemeinplätze, weil es Ihnen bei Ihrer Denkweise völlig einerlei ist, ob Hunderttausende von Menschen eines gewaltsamen oder eines natürlichen Todes sterben. In dem einen wie dem anderen Falle ist das Ergebnis genau das gleiche. Staub und Vergessen. Wir bauen zusammen eine Eisenbahnlinie. Wozu, frage ich Sie, sollen wir uns den Kopf zerbrechen, über Verbesserungen grübeln, uns über die Routinearbeit erheben, die Arbeiter bedauern, stehlen oder nicht stehlen, wenn wir wissen, dass sich diese Linie nach 2000 Jahren in Staub verwandelt haben wird? Und so weiter und so fort. Sie geben doch zu, dass bei solch einer unglückseligen Denkweise keinerlei Fortschritt möglich wäre, keine Wissenschaft, keine Kunst, nicht einmal das Denken selbst. Wir glauben, wir seien klüger als die Masse und als Shakespeare. In Wirklichkeit aber kommt bei unserer Denkarbeit nichts heraus, weil wir keine Lust haben, auf eine niedrigere Stufe hinabzusteigen, aber noch höher hinauf nicht können und so bleibt unser Gehirn auf dem Gefrierpunkt stehen und es geht weder vor noch zurück. Ich befand mich etwa sechs Jahre unter dem Druck dieser Gedanken und habe, das schwöre ich Ihnen bei Gott, in dieser ganzen Zeit kein einziges vernünftiges Buch gelesen. Ich bin um keinen Deut klüger geworden und habe meinen Moralkodex um keinen einzigen Buchstaben bereichert. Ist das etwa kein Unglück? Nicht genug, dass wir selbst vergiftet sind. Wir tragen auch noch Gift in das Leben unserer Mitmenschen. Wenn wir mit unserem Pessimismus wenigstens dem Leben entsagen, uns in Höhlen zurückziehen oder uns zu sterben beeilen würden. In Wirklichkeit aber sind wir den allgemeinen Gesetzen unterworfen. Leben, fühlen, lieben Frauen, erziehen Kinder und bauen Bahnlinien. Von unseren Gedanken wird niemandem warm oder kalt, sagte der Student unwillig. Nein, das lassen Sie schon. Ach, hören Sie auf. Was wissen Sie denn vom Leben? Haben Sie aber erst mal so lange gelebt wie ich, mein Lieber? Dann werden Sie auch die Schweinerei kennenlernen. Unser Denken ist nicht so unschuldig, wie Sie meinen. Im praktischen Leben, im Zusammenprall mit den anderen, führt es nur zu Schrecken und Dummheiten. Ich habe Situationen durchgemacht, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche. Zum Beispiel, fragte ich. Zum Beispiel, wiederholte der Ingenieur. Er überlegte, lächelte und antwortete. Nehmen wir zum Beispiel nur einmal folgenden Fall. Richtiger gesagt, das ist kein Fall, sondern ein ganzer Roman nebst Schürzung und Lösung des Knotens. Eine ausgezeichnete Lektion. Ach, was für eine Lektion. Er schenkte uns und sich Wein ein, trank, strich sich mit den Händen über seine breite Brust und fuhr mehr an mich als an den Studenten gewandt fort. Es war im Sommer des Jahres 1870, bald nach dem Krieg und der Beendigung meiner Studien. Ich fuhr in den Kaukasus und verweilte auf der Durchreise etwa fünf Tage in der Hafenstadt N. Dazu muss ich Ihnen sagen, dass ich in dieser Stadt geboren und aufgewachsen bin. Daher ist es nicht verwunderlich, dass mir N außergewöhnlich gemütlich, warm und schön vorkam, obwohl es sich dort für einen Großstadtmenschen ebenso langweilig und ungemütlich lebt wie in jeder beliebigen Provinzstadt wie Tsuchloma oder Kaschira. Voller Wehmut ging ich am Gymnasium vorbei, an dem ich einst gelernt hatte. Voller Wehmut ging ich in dem sehr bekannten Stadtgarten spazieren und machte den traurigen Versuch, mir die Menschen näher anzuschauen, die ich lange nicht mehr gesehen hatte, an die ich mich aber erinnerte. Alles voller Wehmut. Unter anderem fuhr ich eines Abends in der sogenannten Quarantäne. Das war ein kleines lichtes Wäldchen, in dem es einstmals zur Pestzeit tatsächlich ein Quarantänelager gegeben hatte. Jetzt aber wohnten dort Sommerfrischler. Von der Stadt bis dorthin sind es vier Werst. Man fährt auf einer guten, bequemen Straße und sieht zur Linken das blaue Meer, zur Rechten die unendliche, düstere Steppe. Man atmet leichter, die Blicke schweifen weit, das Wäldchen selbst liegt an der Küste. Nachdem ich meinen Droschken-Kutscher entlassen hatte, ging ich durch das bekannte Tor, durchschritt zuallererst die Allee und wandte mich dann einer kleinen Steinlaube zu, die ich in der Kinderzeit so geliebt hatte. Meiner Meinung nach war diese runde, schwerfällige, auf plumpen Säulen stehende Laube, die in sich die lyrische Stimmung eines alten Grabdenkmals mit der Grobschlechtigkeit eines Sobakewitsch vereinte, der poetischste Fleck in der ganzen Stadt. Sie stand unmittelbar am Rande des Steilufers und man konnte von ihr aus sehr gut das Meer sehen. Ich setzte mich auf eine Bank, beugte mich über das Geländer und blickte nach unten. Von der Laube aus führte vorbei an Lehmklumpen und Kletten ein Pfad die fast senkrecht abfallende Steilküste hinunter, wo er endete, weit unten am sandigen Ufer, schäumten träge und murmelten zärtlich leichte Wellen. Das Meer war ebenso erhaben, endlos und unfreundlich wie vor sieben Jahren, als ich nach Absolvierung des Gymnasiums nach der Hauptstadt abreiste. In der Ferne zeichnete sich dunkel eine Rauchfahne ab. Dort fuhr ein Dampfer und außer diesem kaum sichtbaren und unbeweglichen Streifen und den Seeschwalben, die über das Wasser huschten, gab es nichts, was das eintönige Bild des Meeres und des Himmels belebte. Rechts und links der Laube erstreckte sich die unebene, lehmige Küste. Sie wissen, wenn ein schwermütig gestimmter Mensch mit dem Meer oder überhaupt mit einer Landschaft, die ihn großartig düngt, allein bleibt, so mischt sich in seine Schwermut die Gewissheit, dass er unbekannt lebt und unbekannt sterben wird und reflexartig greift er zum Bleistift und schreibt eilends und wahllos seinen Namen irgendwo hin. Wahrscheinlich sind deshalb alle abgelegenen Eckchen, so wie meine Laube, immer mit Bleistift Notizen vollgeschmiert und von Taschenmessern zerschnitten. Wenn ich mich recht entsinne, so las ich, während ich mich über das Geländer beugte, folgendes. Z.A. Das heißt zum Andenken Ivan Korolkov, 16. Mai 1876. Neben Korolkovs Eintragung hatte sich irgendein örtlicher Träumer verewigt und noch hinzugefügt, am Meeresufer wogen wild stand er von hohen Ideen erfüllt. Seine Unterschrift war verträumt und kraftlos wie feuchte Seide. Irgendein Kross, wahrscheinlich ein sehr kleiner und unbedeutender Mensch, war sich seiner Nichtigkeit so stark bewusst geworden, dass er mit seinem Taschenmesser in tiefen daumenlangen Buchstaben seinen Namen eingeritzt hatte. Ich holte mechanisch einen Bleistift aus der Tasche und trug mich ebenfalls an einer Säule ein. Aber das alles gehört nicht zum Thema. Verzeihen Sie, ich verstehe es nicht, mich beim Erzählen kurz zu fassen. Mir war traurig zumute und ich langweilte mich ein wenig. Die Langeweile, die Stille und das Murmeln der Wellen brachten mich allmählich auf dieselben Gedanken, von denen wir gerade gesprochen haben. Damals, am Ende der 70er Jahre, begann diese Denkweise beim Publikum Mode zu werden. Zu Beginn der 80er Jahre fand sie dann nach und nach Eingang in die Literatur, die Wissenschaft und die Politik. Ich war damals nicht älter als 26 Jahre, aber ich wusste bereits sehr gut, dass das Leben kein Ziel und keinen Sinn hat, dass alles Lug und Trug ist, und dem Resultat nach durch nichts von dem Leben in Nizza unterscheidet, dass der Unterschied zwischen dem Gehirn Kanz und dem einer Fliege keine wesentliche Bedeutung hat, dass auf dieser Welt niemand im Recht oder schuldig ist, dass alles Unsinn und dummes Zeug ist und dass alles zum Teufel gehen soll. Ich lebte, als aber ich lebe. Meine Gedanken bewegten sich in einer bestimmten Richtung, aber auf alle möglichen Arten. Ich ähnelte in dieser Hinsicht jenem Kochkünstler, der allein aus Kartoffeln hunderte schmackhafter Gerichte zubereiten verstand. Zweifellos war ich einseitig und bis zu einem gewissen Grade sogar engstirnig, damals aber meinte ich, der Horizont meiner Gedanken habe weder Anfang noch Ende und mein Denken sei weit, wie das Meer. Nun ja, soweit ich von mir aus urteilen kann, enthält das Denken, von dem hier die Rede ist, in seinem Wesen etwas Anziehendes, Narkotisierendes, so wie Tabak oder Morphium. Es wird zur Gewohnheit und zum Bedürfnis. Jede Minute der Einsamkeit und jede passende Gelegenheit benutzt man, um in wollüstigen Gedanken über die Sinnlosigkeit des Lebens und die Dunkelheit des Grabes zu Schwelgen. Als ich in der Laube saß, promenierten gesittet durch die Allee griechische Kinder mit langen Nasen. Ich benutzte diese passende Gelegenheit und lenkte, nachdem ich die Kinder betrachtet hatte, meine Gedanken in folgende Richtung. Wozu, frage ich mich, wurden diese Kinder geboren? Und wozu leben sie? Liegt denn in ihrer Existenz auch nur der geringste Sinn? Sie wachsen auf, wissen selbst nicht wozu, leben in dieser Öde ohne jegliche Notwendigkeit und sterben eines Tages. Ich ärgerte mich regelrecht über diese Kinder, weil sie gesittet spazieren gingen und sich ernsthaft unterhielten, als schätzten sie tatsächlich ihr einfaches farbloses Leben und wüssten, wozu sie auf der Welt seien. Ich entsinne mich, wie hinten am Ende der Allee drei weibliche Gestalten auftauchten. Die drei jungen Damen, die eine in einem rosafarbenen Kleid, die beiden anderen ganz in weiß, gingen untergehakt, unterhielten sich und lachten. Ich verfolgte sie mit den Augen und dachte bei mir, es wäre schön, jetzt aus Langeweile so für zwei Tage mit irgendeiner Frau ein Verhältnis zu haben. Beiläufig fiel mir ein, dass ich bei meiner Petersburger Gnädigen zum letzten Mal vor drei Wochen gewesen war und ich dachte, dass mir ein flüchtiges Abenteuer jetzt sehr gelegen käme. Das mittlere der drei Mädchen schien jünger und hübscher als ihre Gefährtinnen und nach ihrem Benehmen und ihrem Lachen zu urteilen, Gymnasiastin einer oberen Klasse zu sein. Ich betrachtete nicht ohne unsaubere Gedanken ihre Brust und gleichzeitig dachte ich von ihr, sie wird Musik und Gutes Benehmen lernen, irgendeinen Gott verzeih mir, griechischen Krämer heiraten, farblos, öde und ohne jede Notwendigkeit dahin leben, eine Menge Kinder bekommen, ohne selbst zu wissen warum und schließlich sterben. Ein sinnloses Leben. Ich muss sagen, dass ich es im Allgemeinen meisterhaft verstand, meine hohen Gedanken mit der niedrigsten Prosa zu kombinieren. Die Gedanken an die Dunkelheit des Grabes hinderten mich nicht, den Brüsten und Beinchen den schuldigen Tribut zu zollen. Unseren lieben Baron hindern seine hochfliegenden Gedanken ebenso wenig daran, sonnabends nach Vukulovka zu fahren und sich dort als Don Juan zu betätigen. Wenn ich offen und ehrlich sein soll, dann waren, soweit ich mich entsinnen kann, meine Beziehungen zu Frauen äußerst kränkend. Wenn ich heute an die Gymnasiastin denke, dann muss ich wegen meiner damaligen Gedanken erröten. Damals aber war mein Gewissen völlig ruhig. Ich, der Sohn ehrbarer Eltern, ein Christ, der Hochschulbildung genossen hatte und von Natur aus weder böse noch dumm war, spürte nicht die geringste Unruhe, Blutgeld zahlte oder wenn ich die Gymnasiastin mit beleidigenden Blicken verfolgte. Das Schlimme ist, dass die Jugend ihre eigenen Rechte besitzt und unser Denken im Prinzip nichts gegen diese Rechte hat, seien sie nun gut oder widerwärtig. Wer da weiß, dass das Leben sinnlos und der Tod unvermeidlich ist, der verhält sich gegenüber dem Kampf mit der Natur und dem Begriff der Sünde recht gleichgültig. Ob du kämpfst oder nicht, in jedem Fall wirst du sterben und untergehen. Zweitens, meine Herren, führt unser Denken schon bei sehr jungen Menschen zu einem Verstandes Kult. Die Vorherrschaft des Verstandes über unser Herz ist erdrückend. Das unmittelbare Gefühl, die Begeisterung, sie werden erstickt von kleinlicher Analyse. Wo aber Verstandes Kult herrscht, dort ist Kälte und kalte Menschen, ich bekenne es offen, kennen keine Keuschheit. Diese Tugend kennen nur diejenigen, die ihre Herzenswärme behalten haben und fähig sind zu lieben. Drittens leugnet unser Denken, wenn es den Sinn des Lebens leugnet, ebenso auch den Sinn jeder einzelnen Persönlichkeit. Wenn ich den Persönlichkeitswert irgendeiner Natalia Stepanovna leugne, dann ist es begreiflich, dass es mir völlig einerlei ist, ob sie gekränkt ist oder nicht. Heute habe ich ihre menschliche Würde gekränkt, dafür habe ich ihr Blutgeld gezahlt und morgen denke ich schon nicht mehr an sie. So saß ich also in der Laube und beobachtete die Mädchen. In der Allee tauchte noch eine weibliche Gestalt auf mit unbedecktem blondem Kopf und einem gestrickten weißen Tuch über den Schultern. Sie promenierte die Allee entlang, kam dann zur Laube und schaute, die Hände auf das Geländer gestützt, nach unten und über das Meer in die Ferne. Beim Eintritt hatte sie mir keinerlei Beachtung geschenkt, als habe sie mich überhaupt nicht bemerkt. Ich maß sie von den Füßen bis zum Kopf und nicht von Kopf bis Fuß, wie man die Männer ansieht und fand, sie sei jung, nicht älter als 25, lieblich anzusehen und gut gebaut. Aller Wahrscheinlichkeit nach war sie kein Mädchen mehr und gehörte zu den Anständigen. Sie war hausbacken, aber modisch und geschmackvoll gekleidet, so wie sich im Allgemeinen alle intelligenten Damen in N kleiden. Mit der müsste man ein Verhältnis haben, dachte ich, während ich ihre schöne Taille und ihre Hände betrachtete. Ganz passabel, sicher ist sie die Gattin irgendeines Eskulap oder Gymnasiallehrers. Aber mit ihr ein Verhältnis zu beginnen, das heißt, sie zur Heldin einer jener improvisierten Abenteuer zu machen, auf die die Touristen so versessen sind, das war nicht leicht, ja, kaum möglich. Das spürte ich, als ich in ihr Gesicht sah. Sie machte eine Miene, als langweilten sie das Meer, der Ferne Rauch und der Himmel schon seit langem und als ermüdeten sie ihre Augen. Sie war offensichtlich matt und verdrossen und dachte an etwas Trauriges. Ihr Gesicht zeigte nicht einmal jenen eitlen, gezwungenen, gleichgültigen Ausdruck, wie ihn beinahe jede Frau hat, wenn sie in ihrer Nähe die Anwesenheit eines unbekannten Mannes bemerkt. Die Blondine maß mich mit einem flüchtigen und gelangweilten Blick setzte sich auf die Bank und sann vor sich hin und an ihrem Blick merkte ich, dass ich sie nicht interessierte und ich mit meiner hauptstädtischen Physiognomie bei ihr auch nicht die geringste Neugier erregte. Trotzdem beschloss ich, mit ihr ein Gespräch anzuknüpfen und fragte »Gnädigste, gestatten Sie mir die Frage, um wie viel Uhr fahren die Linien Droschken von hier in die Stadt? Ich glaube um zehn oder um elf. Ich bedankte mich. Sie schaute mich einige Male an und auf ihrem leidenschaftslosen Gesicht blitzte plötzlich Neugier und dann so etwas wie Verwunderung auf. Ich beeilte mich, mir den Anschein der Gleichgültigkeit zu geben und die gebührende Haltung einzunehmen. Sie bis an. Sie erhob sich unvermittelt, als lächelte sanft und fragte schüchtern, während sie mich eilig musterte, hören Sie, Sie sind doch Ananiyev. Ja, ich bin Ananiyev, erwiderte ich. Und mich erkennen Sie nicht, nein? Ich wurde ein wenig verlegen, blickte sie aufmerksam an und, können Sie sich das vorstellen, ich erkannte sie nicht an ihrem Gesicht, nicht an der Gestalt, sondern an ihrem sanften, müden Lächeln. Es war Natalja Stepanovna oder, wie sie genannt wurde, Kisotschka, dieselbe, in die ich vor sieben oder acht Jahren bis über beide Ohren verliebt gewesen war, als sie noch die Schulkleidung trug. Ihr Taten längst vergangener Tage, ihr Sagen uralter Zeiten. Ich entsann mich Kisotschkas, der kleinen, schmächtigen Gymnasiastin von 15, 16 Jahren, als sie so etwas wie den Gymnasiastengeschmack verkörperte, von der Natur speziell für die platonische Liebe erschaffen. Was für ein reizendes Mädchen! Blass, zart, leicht, man meinte, man brauche sie nur anzupusten und sie würde wie eine Daunenfeder bis zum Himmel fliegen. Ein sanftes, verlegenes Gesicht, kleine Händchen, langes, bis zum gürtelreichendes, weiches Haar, eine schmale Wespenteilie, alles in allem etwas Ätherisches, Durchsichtiges, gleich dem Licht des Mondes, mit einem Wort, vom Standpunkt eines Gymnasiasten, eine unbeschreibliche Schönheit. Ich war in sie verliebt, bis dort hinaus. Nachts konnte ich nicht schlafen und schrieb Verse, manchmal saß sie abends im Stadtgarten auf einer Bank und wir Gymnasiasten drängten uns um sie herum und betrachteten sie andächtig. Als Antwort auf alle unsere Komplimente, Posen und Seufzer krümmte sie sich nervös zusammen, als fröstete es sie in der abendlichen Feuchtigkeit, sie blinzelte und lächelte sanft und glich dann sehr einem kleinen hübschen Kätzchen. Wenn wir sie anschauten, verspürte jeder von uns den Wunsch, sie zu liebkosen und sie wie eine Katze zu streicheln. Daher ihr Spitzname Kisotschka. In den sieben oder acht Jahren, die seitdem vergangen waren, hatte sich Kisotschka stark verändert. Sie war kräftiger und voller geworden und hatte ihre Ähnlichkeit mit einem weichen, flaumigen Kätzchen völlig verloren. Ihre Züge waren nicht so sehr gealtert oder verwelkt, als vielmehr matter und strenger geworden. Ihr Haar kam mir kürzer vor, ihre Gestalt höher und die Schultern fast doppelt so breit, aber was die Hauptsache war, auf ihrem Gesicht zeigte sich bereits ein Ausdruck mütterlicher Reife und Ergebenheit, wie ihn anständige Frauen in ihrem Alter besitzen und wie ich ihn früher natürlich nicht an ihr bemerkt hatte. Mit einem Wort von ihrem früheren schulmädchenhaften und platonischen Wesen war lediglich das sanfte Lächeln übrig geblieben, mehr nicht. Wir kamen ins Gespräch. Als Kisotschka erfuhr, dass ich schon Ingenieur sei, freute sie sich ungemein. Wie schön das ist, sagte sie und schaute mir freudig in die Augen. Ach, wie schön, und was seid ihr alle für prächtige Burschen. In ihrem ganzen Jahrgang gibt es keinen einzigen Versager, alle sind sie was geworden. Der eine ist Ingenieur, der andere Arzt, der dritte Lehrer, der vierte soll jetzt in Petersburg ein berühmter Sänger sein. Alle seid ihr Prachtkerle, alle, ach, wie schön das ist. In Kisotschkas Augen leuchteten ehrliche Freude und Wohlwollen. Sie betrachtete mich bewundernd wie eine ältere Schwester oder eine frühere Lehrerin. Ich schaute in ihr Liebes Gesicht und dachte bei mir, schön wär's sie heute zu haben. Entsinnen sie sich noch Natalia Stepanovna fragte ich, wie ich ihnen einmal im Garten einen Blumenstrauß mit einem Briefchen überreichte. Sie lasen mein Briefchen und über ihr Gesicht flog erstaunen. Nein, daran erinnere ich daran kann ich mich wieder nicht erinnern. Ja, was gewesen ist, ist vorbei, meinte Kisotschka seufzend. Einst war ich euer Abgott, aber heute ist es an mir zu euch aufzuschauen. Aus der weiteren Unterhaltung erfuhr ich, dass Kisotschka zwei Jahre nach Absolvierung des Gymnasiums einen Bürger der Stadt geheiratet hatte, der halb Grieche, halb Russe war. Er war entweder in einer Bank oder bei einer Versicherung angestellt und befasste sich nebenbei mit Getreidehandel. Er hatte einen ausgefallenen Familiennamen, so ähnlich wie Populaki oder Skarandopulo, weiß der Teufel, ich habe ihn vergessen. Von sich sprach Kisotschka übrigens wenig und ungern. Die Unterhaltung drehte sich nur um mich. Sie erkundigte sich nach meinem Institut, nach meinen Kameraden, nach Petersburg und nach meinen Plänen und alles, was ich sagte, erregte ihr lebhaftes Entzücken und sie rief jedes Mal, ach, wie schön das ist. Wir stiegen zum Meer hinunter, gingen am Strand spazieren und kehrten, als vom Meer her abendliche Kühle herüberwehte, nach oben zurück. Die ganze Zeit drehte sich das Gespräch um mich und um die Vergangenheit. Wir gingen spazieren, bis in den Fenstern der Landhäuser die Reflexe der Abendröte zu erlöschen begannen. Gehen wir zu mir Tee trinken, schlug Kisotschka vor. Wahrscheinlich steht der Samovar schon längst auf dem Tisch. Ich bin allein zu Haus, sagte sie, als zwischen dem Grün der Akazien ihr Landhaus auftauchte. Mein Mann ist immer in der Stadt und kommt erst nachts heim und das auch nicht jeden Tag und ich langweile mich, ehrlich gesagt, fast zu Tode. Ich ging hinter ihr und bewunderte ihren Rücken und ihre Schultern. Es gefiel mir, dass sie verheiratet war. Für flüchtige Abenteuer eignen sich verheiratete Frauen besser als Mädchen. Ebenso gefiel es mir, dass ihr Mann nicht daheim war. Gleichzeitig aber spürte ich, dass es kein Abenteuer geben würde. Wir traten ins Haus. Die Zimmer waren klein und niedrig, die Möbel landhausmäßig. Für das Landhaus bevorzugt der Russe unbequeme, schwere und glanzlos gewordene Möbel, die zum Wegwerfen zu schade sind und die man sonst nirgendwo lassen kann. Aber an verschiedenen Kleinigkeiten merkte man trotzdem, dass Kisotschka und ihr Gatte nicht ärmlich lebten und 5.000 6.000 Rubel im Jahr ausgaben. Wie ich mich entsinne, stand in der Mitte der Stube, die Kisotschka als Esszimmer bezeichnete, ein runder Tisch, der aus unerfindlichen Gründen sechs Beine hatte. Darauf standen ein Samovar und Teetassen und am Rande des Tisches lagen ein aufgeschlagenes Buch, ein Bleistift und ein Schreibheft. Ich schaute in das Buch und erkannte die arithmetische Aufgabensammlung von Malinin und Burenin. Aufgeschlagen war, wie ich mich noch heute entsinne, die Gesellschaftsrechnung. Mit wem lernen sie da? fragte ich Kisotschka. Mit niemandem, erwiderte sie. Das mache ich so. Aus Langeweile erinnere ich mich an die alten Zeiten und rechne die Aufgaben. Haben sie Kinder? Ich hatte einen Jungen, aber er ist nach einer Woche gestorben. Wir tranken Tee. Von mir entzückt sprach Kisotschka wieder davon, wie schön es sei, dass ich Ingenieur bin und wie sie sich über meine Erfolge freuen. Und je mehr sie sprach und je aufrichtiger sie lächelte, umso überzeugter war ich, dass ich unverrichteter Dinge von ihr weggehen würde. Ich war damals in Bezug auf Liebesabenteuer bereits Fachmann und verstand meine Erfolgschancen richtig einzuschätzen. Man kann unbedenklich auf Erfolg rechnen, wenn man einer dummen Gans nachsteigt oder einer Frau, die eben solche Abenteuer und Gefühle sucht wie man selbst oder auch einem gewitzten Frauenzimmer, dem man fremd ist. Wenn man aber auf eine Frau trifft, die seriös und nicht dumm ist, deren Gesicht und vor allem die einen achtet, da kann man den Rückzug antreten. Um hier Erfolg zu haben, braucht man mehr Zeit als nur einen Tag. Kisotschka erschien bei der abendlichen Beleuchtung noch interessanter als am Tage. Sie gefiel mir immer mehr und ich war ihr offensichtlich ebenfalls sympathisch. Und die Umstände waren ja für ein Abenteuer denkbar günstig. Der Mann war nicht zu Hause, kein Diener zu sehen, stille rings um. So wenig ich auch an einen Erfolg glaubte, ich beschloss trotzdem auf jeden Fall einen Angriff zu versuchen. Als erstes musste ich unbedingt zu einem familiären Ton übergehen und Kisotschkas lyrisch ernste Stimmung in eine leichtere verwandeln. Lassen Sie uns das Thema wechseln, Natalia Stepanovna, begann ich. Sprechen wir von was Lustigem. Vor allem früher Kisotschka zu nennen. Sie erlaubte es. Sagen Sie bitte Kisotschka, fuhr ich fort, was ist eigentlich in das hiesige schöne Geschlecht gefahren? Was ist mit ihm los? Erst waren sie so gesittet und tugendsam, jetzt aber, ich bitte sie, nach wem man auch fragt, man bekommt Dinge zu hören, dass schwunden und hat einen Gymnasiasten mit gelockt, die dritte, eine verheiratete Frau, ist ihrem Mann mit einem Schauspieler durchgebrannt und so weiter und so fort. Eine richtige Epidemie. So wird wohl in ihrer Stadt bald kein einziges Mädchen und keine junge Frau mehr übrig bleiben. Ich redete in einem oberflächlichen koketten Ton. Hätte mich Kisotschka als Antwort angelacht, dann hätte ich wie folgt gesagt, passen sie nur auf Kisotschka, dass sie hier nicht von irgendeinem Offizier oder Schauspieler entführt werden. Sie würde die Äugler niederschlagen und antworten, wer sollte Lust haben, so eine wie mich zu entführen? Es gibt jüngere und schönere und ich würde ihr entgegnen, wo denken sie hin Kisotschka? Ich wäre der Erste, der sie mit Vergnügen entführen würde und in dieser Art weiter und zu guter Letzt hätte ich mein Schäfchen im Trockenen. Aber Kisotschka lachte mich nicht an, sondern machte im Gegenteil ein ernstes Gesicht und seufzte. Es stimmt alles, was man erzählt, sagte sie. Meine Cousine Sonja ist ihrem Mann mit einem Schauspieler durchgebrannt. Das ist natürlich nicht schön. Jeder Mensch muss erdulden, was ihm das Schicksal verurteile sie nicht und klage sie nicht an. Die Umstände sind manchmal stärker als der Mensch. So ist es Kisotschka. Aber was für Umstände können eine ganze Epidemie hervorrufen? Das ist sehr einfach und verständlich, sagte Kisotschka und zog die Augenbrauen hoch. Bei uns wissen die intelligenten Frauen und Mädchen überhaupt nicht, was sie anfangen sollen. Zum Studium wegfahren oder Lehrerin werden, überhaupt ihren Ideen und Zielen leben, wie es die Männer tun, das kann nicht jede. Man muss heiraten. Und wen soll man heiraten? Ihr jungen Männer absolviert das Gymnasium, fahrt zur Universität und kehrt nie mehr in die Heimatstadt zurück. Ihr heiratet in der Hauptstadt und die Mädchen bleiben zurück. Wen sollen sie heiraten? Nun, da es keine ordentlichen gebildeten Menschen gibt, heiraten sie weiß Gott wen, irgendwelche Makler oder Halbgriechen, die nichts weiter können als trinken und im Club randalieren. Und die Mädchen heiraten sozusagen sinnlos. Wie ist das Leben danach? Das wissen sie, selbst eine gebildete wohlerzogene Frau lebt mit einem dummen, schwierigen Mann zusammen. Begegnet ihr ein intelligenter Mann, ein Offizier, Schauspieler oder Arzt? Nun, so verliebt sie sich gleich. Das Leben wird ihr unerträglich, sie läuft ihrem Mann weg und man kann sie nicht verurteilen. Wenn es so ist, Kisotschka, wozu dann überhaupt heiraten? fragte ich. Natürlich, erwiderte Kisotschka und seufzte, aber jedes Mädchen glaubt doch, es sei besser, einen Mann zu haben als gar nichts. Überhaupt, Nikolai Anastasiewicz, hier lebt man schlecht, sehr schlecht. Die Mädchen wie die verheirateten Frauen ersticken fast. Da lacht man über Sonja, weil sie weggelaufen ist, noch dazu mit einem Schauspieler. Wenn man ihr aber ins Herz sehen könnte, würde man nicht lachen. Hinter der Tür bellte wieder Asorka. Er fletschte wütend die Zähne und schien jemanden zu verbellen, dann heulte er bang auf und sprang mit dem ganzen Körper rückwärts gegen die Barackenwand. Ananjevs Gesicht verzog sich mitleidig. Er unterbrach seine Erzählung und ging hinaus. Etwa zwei Minuten lang hörte man, wie er hinter der Tür den Hund beruhigte. Guter Hund, armer Hund. Unser Nikolai Anastasjitsch redet gern, sagte Stenberg lächelnd. Ein guter Mensch, fügte er nach kurzem Schweigen hinzu. Als der Ingenieur in die Baracke zurückgekehrt war, schenkte er wieder Wein in unsere Gläser, strich sich lächelnd über die Brust und fuhr fort. So war also mein Angriff erfolglos geblieben. Da war nichts zu machen. Ich stellte meine unsauberen Gedanken bis zu einer passenderen Gelegenheit zurück, söhnte mich mit meinem Schicksal aus und resignierte, wie man so sagt. Überdies beeindruckt von Kisotschkas Stimme, der abendlichen Atmosphäre und der Stille, verfiel ich allmählich selbst in eine ruhige lyrische Stimmung. Ich entsinne mich, wie ich an dem sperrangelweit geöffneten Fenster im Sessel saß und auf die Bäume und den dunkel gewordenen Himmel blickte. Die Silhouetten der Akazien und Linden waren dieselben wie vor acht Jahren. Ebenso wie damals in meiner Kindheit klimperte irgendwo in der Ferne ein verstimmtes Klavier. Die Leute schlenderten noch genauso durch die Alleen, aber es waren nicht mehr dieselben Menschen. Durch die Alleen schritten nicht mehr ich, meine Kameraden und die Gegenstände meiner Leidenschaft, sondern fremde Gymnasiasten, fremde Mädchen und mir wurde schwer ums Herz. Als ich auf meine Fragen nach bekannten fünfmal von Kisotschka die Antwort tot erhalten hatte, wich meine Schwermut einem Gefühl, das man bei der Totenmesse für einen guten Menschen empfindet. Und während ich so am Fenster saß, auf die promenierenden Leute schaute und das Klimpern des Klaviers vernahm, sah ich zum ersten Mal im Leben mit eigenen Augen, wie gierig die eine Generation darauf versessen ist, die andere abzulösen und welche schicksalhafte Bedeutung im Leben des Menschen schon bloße sieben oder acht Jahre haben. Kisotschka stellte eine Flasche Dessertwein auf den Tisch. Ich trank viel, der Wein stieg mir zu Kopf und ich begann das Langen und Breiten zu erzählen. Kisotschka hörte zu und war wie zuvor von mir und meinem Verstand entzückt. Die Zeit verging. Der Himmel war schon so dunkel geworden, dass die Silhouetten der Akazien und Linden zusammenflossen. Die Leute promenierten nicht mehr durch die Alleen, das Klavier war verstummt und man hörte nur noch das einförmige Rauschen des Meeres. Junge Menschen sind einander alle gleich. Seien sie lieb und freundlich zu einem jungen Menschen, bewirten sie ihn mit Wein und geben sie ihm zu verstehen, dass er interessant ist und er wird auf seinem Stuhl sitzen wie angewachsen, er wird die Zeit vergessen und endlos reden. Den Gastgebern fallen die Augen zu, es ist Zeit zum Schlafen gehen, aber er sitzt und redet immer noch. So war es auch mit mir. Einmal sah ich zufällig auf die Uhr, es war sie noch ein Schlückchen auf den Weg, meinte Kisotschka. Ich trank, redete wieder lange, vergaß, dass es an der Zeit war aufzubrechen und setzte mich wieder. Auf einmal hörte man Männerstimmen, Schritte und Sporen klirren. An den Fenstern gingen Menschen vorbei und blieben neben der Tür stehen. Ich glaube, mein Mann ist gekommen, sagte Kisotschka und horchte. Die Tür klappte, und ich sah zwei Männer an der zum Esszimmer führenden Tür vorbeigehen. Einen korpulenten, bejahten, dunkelhäutigen Mann mit gebogener Nase, der einen Strohhut trug und einen jungen Offizier in einem weißen Uniformrock. Als sie an der Tür vorbeigingen, schauten sie mich und Kisotschka gleichgültig und flüchtig an und es kam mir vor, als seien beide betrunken. Sie hat so hörte man einen Augenblick später eine laute Stimme mit stark nasaler Aussprache sagen. Erstens war das nicht im großen Clubraum, sondern im kleinen. Du zirnst, Jupiter, also bist du im Unrecht, sagte die andere Stimme, die offenbar dem Offizier gehörte, unter Lachen und Husten. Hör mal, kann ich bei dir übernachten? Sag ehrlich, störe ich dich nicht? Was für eine Frage. Du kannst nicht nur, du musst sogar. Was möchtest du, Bier oder Wein? Beide saßen zwei Zimmer von uns entfernt, sprachen laut und interessierten sich anscheinend weder für Kisotschka noch für ihren Gast. Bei der Rückkehr ihres Mannes war mit Kisotschka eine merkliche Veränderung vor sich gegangen. Zuerst wurde sie rot, dann bekam ihr Gesicht einen schüchternen schuldbewussten Ausdruck. Sie wurde unruhig und mir schien, es sei ihr peinlich, mir ihren Mann zu zeigen und sie wolle, dass ich gehe. Ich begann mich zu verabschieden. Kisotschka begleitete mich bis zur Treppe. Ich entsinne mich noch gut ihres sanften, traurigen Lächelns und des zärtlichen, unterwürfigen Blickes, als sie mir die Hand drückte und sagte, wahrscheinlich sehen wir uns nie wieder. Nun, Gott gebe ihnen alles Gute. Ich danke ihnen. Kein einziger Seufzer, keine einzige Phrase. Beim Abschied hielt sie eine Kerze in der Hand, helle Lichtflecke huschten über ihr Gesicht und Hals, als jagten sie hinter ihrem traurigen Lächeln her. Ich stellte mir die frühere Kisotschka vor, die ich zuweilen wie ein Kätzchen hatte streicheln wollen. Ich schaute aufmerksam die jetzige Kisotschka an und mir fielen, ich weiß nicht warum ihre Worte ein. Jeder Mensch muss erdulden, was ihm das Schicksal auferlegt hat. Und mir wurde schwer ums Herz. Mein Instinkt erriet und mein Gewissen flüsterte mir einem glücklichen und gleichgültigen Menschen zu, dass vor mir ein guter, wohlwollender und liebender, aber gequälter Mensch stehe. Ich verbeugte mich und ging zum Tor. Es war bereits dunkel. Im Süden brechen die Julinächte zeitig herein und es dunkelt rasch. Gegen zehn Uhr ist es gewöhnlich schon so finster, dass man die Hand vor den Augen nicht sieht. Ehe ich beinahe tastend das Tor erreichte, musste ich zwei Dutzend Streichhölzer entzünden. Kutscher, rief ich, als ich aus dem Tor trat. Kein Laut, kein Seufzer antwortete mir. Kutscher, wiederholte ich, he, Droschke! Doch kein Kutscher ließ sich blicken. Es war totenstill. Ich hörte nur, wie das Meer einschläfernd rauschte und wie mein Herz von dem Weinen klopfte. Ich blickte zum Himmel hinauf, kein einziger Stern. Es war finster und trübe. Offenbar war der Himmel bedeckt. Ich zuckte die Achseln, lächelte albern und rief noch einmal, nicht mehr so entschlossen, nach einem Kutscher.